Das hat sie sehr schön gemacht. So, dann bitte ich einmal Jasmin. Bitte. Ja, hallo Braunschweig. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Ich habe heute keine Rede für euch mitgebracht, aber wir haben am Samstag wieder ein bisschen mental gearbeitet, ein bisschen am Bewusstsein gearbeitet. Und da ist ein ganz interessantes Wort, ein ganz interessanter Begriff, eine ganz interessante Idee gefallen. Und zwar das Wort Erdengesellschaft. Eine neue Erdengesellschaft gründen. Dafür stehen wir hier. Und wir fanden das in unserer kleinen Gruppe eine sehr schöne Sache. Und da habe ich euch einfach mal ein paar Zeilen mitgebracht und die möchte ich euch vorlesen. Leben ist Wandel. Beginnt sich zu regen, Veränderung vor den Pforten. Es steht geschrieben, zu jeder Zeit, ewiger Zeit. Was gestern noch war, auf grundfestem Stand, ist ohne Bestand. Ein neues Leben, ein neuer Mensch. Unterworfen dem Wandel, nichts wie es scheint. Ich möchte euch das mit auf den Weg geben und wünsche euch noch einen ganz tollen Abend hier. Und sage erst mal Danke. Wir sehen uns nachher noch zur Schweigeminute. Danke, Jasmin. Vielen Dank.